hallo und herzlich willkommen zur siebten folge anna auf dem keine ahnung kanal letzte folge haben wir nicht haben wir eigentlich nichts geschafft oder ich habe nichts geschafft aber es wird sich hoffentlich heute ändern dass dadurch endlich was neues hier erreichen oder in einem neuen ort kommen oder nicht endlich schaffen diese tür aufzumachen in der letzten folge habe ich ja schon 10.000 maus der flaschen getrunken aber ich bin so wichtig ist hier doch irgendwie ich denke mir irgendwie verschuldet mein blutwasser auffüllung das trinken das ziemlich krank ist aber ich glaube egal auf dich aus trink ich glaube nicht mehr war ein versuch wert dann ist mir noch etwas aufgefallen und zwar ich konnte mich nur an zwei bilder hier in der warte erinnern aber ich kann mich daran erinnern dass sie zu den büchern passen also hier eben ist dieses mit der heilung weil die auf dieser wand da unten und scheinen in den chat ist nicht gut zu geben dann hier noch jemand bitte den wald beijagd und dann noch hatte ich hier ein über 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 ritus oder botschaft oder sowas in der art ich weiß jetzt nicht immer so setzt aber es gibt ja noch einen schön da ist nichts und vielleicht muss ich da irgendwas im buch machen und da haben wir hier nur ich kann hier irgendwas zu denken nein mein kessel löschen kommt ich kann hier was mit den ästen das muss man brauchen machen hier ist ein schub vielleicht muss ich nicht mal hören wir aus dem witz wie die weiß das ist diese feine ich muss hier irgendwas mit dem wasser machen nein vielleicht mit dem neuen zoll nein auch nicht das ist nicht aber darf ich schon sagen das ist der bild Ist die Tür jetzt offen? Ist die Tür offen? Ist die Tür offen? Hallo? Kann ich reinkommen? Ähm... Wahrscheinlich nicht. Ist hier was passiert? Was ist das? Nichts. Manikin, lebst du jetzt? Okay, vielleicht glaube ich das, dass ich mir ein Buch gemacht habe. Schon richtig. Ich glaube vielleicht einfach mal das falsche Buch. Also... Da ist ja das Auge drauf. Ich würde sagen, das soll das Buch mit den Ritussen sein. Weil dann wird nur noch das Buch mit dem Schloss. Hoffentlich stimmt das. Vielleicht wird hier weg. Das ist der Rusligort einfach. Rusligsten finde ich mit die Blechdosen, die die ganze Zeit auf mich geworfen werden. Okay, ähm... Bücher... Das hier. Das hier. Wieso denn nicht? Ich hab mich in die Tür nicht gemacht. Ich hab mich in die Tür nicht gemacht. Ich hab mich in die Tür nicht gemacht. Aber auch in die Tür nicht gemacht. Ah ja. Das war gar nicht gut. Ja, ich fühle mir die Leid, aber ich fühle mich das nochmal an. Oh, das ist so nix. Nach diesen Grummeln, was ich nochmal noch erzähle, nicht was. Jetzt habe ich da nur Angst. Ich glaube nicht, das ist der richtige Ort. Ja, toll, ich aber... Ich versuche jetzt hier mal die Kantine aufzufüllen, nein, das geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, das war auch schnell, aber... Ich hoffe ich nicht. Aber hier, das sieht wirklich aus wie Pfeile, ich muss nur ein Stück was machen. Ähm... Ja... Wahrscheinlich nicht. Ich schaue mich hier nochmal an. Ist aber dieses Schloss. Die Büsse kannst du nicht aufmachen. Da... Was ich wirklich hier war. Es wird hier raus. Was ich wirklich hier gut hatte? Was ich wirklich hier... Hm... Hm... Hm, ich bin dran. Also, wenn ich das erste Mal aufbekommen hätte, Ähm... Was ich wirklich keine Ahnung? Wir sind in Blumen, wir sind Retzer, da unten ist noch ein Retzer. Ja. Ich glaub ich hätte in dieser Woche wieder nichts anderes schaffen. Und ich glaub in dieser Woche muss es aufregend passieren. Also hier gibt es noch eine Waffe. Waffe Triebel. Als ob. Füße ich nicht auf? Lass mich in Ruhe. Ich muss doch nur die Schublade aufmachen. Mit dem Tor hier irgendwie auf. Boah, ich glaube den Geräusch da schon. Was sind denn hier? Was du hinterlässt ist nicht hier. Du solltest es wieder finden, du kennst. Hä? Hä? Was ist das? Oh, eine Box. Interessant. Äh. 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 Ah, okay. Ich weiß, wo ich mit der Box hin muss. Aber. Okay. Dass ich, dass ich das heute gebunden habe. Ich hab mich das so richtig umgeguckt. Ich weiß nicht, wie ich es mich da rein gucken oder was. Okay. Nein. Du waren da vor. Definitiv nicht. Das ist jetzt gruselig. Das ist jetzt gruselig. Kann ich hier was mit den Blättern machen? Nein. Muss ich, müssen wir die Blätter hier rein? Nein. Muss ich Blätter mit dem Messer verarbeiten? Nein. Ähm. Na. So. Nein. Wie ist das? Ach so, ich glaub ich will die Blätter hier mit den heißen Messer zerschneiden. Kisse ich mit den Halt hier rein? I cut a rope. I've got five leaves now. Gold. Silver. Bronze. White. Und Black. Okay. Ich hab nur leider keine Ahnung, wo ich damit anfangen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kerzen. Was soll ich mit den Blättern anfangen? Hab ich sonst auch etwas anderes bekommen? Nein. 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 Außer erst wenn wir zu einem Messer jetzt hier hinten ist. Okay, ich hab die Messer zerschmacken. Nein. Okay, ich liebe den Papa. Nein. Das ist alles aber. Ja. Oh nein. Was ist denn der Name? Es ist doch irgendein Schubblatt, den ich hier gesehen habe. Ein Alkohol, das kaputt ist. Ein Bild, das kaputt ist. Nein, das Bild ist nicht kaputt. Eins, zwei, drei, vier Wahig, da kam ein gerade die schwarzer Nebel raus. Ich kam ein schwarzer Nebel raus. ich ganz erneutig gesehen hier ist irgendwas ich kann doch ein schwarzer nebel raus ihr habt das doch auch gesehen oder nicht blöd mit dem blöd kann ich hier nichts anfangen ich suche jetzt mal die beiden letzten meine kinder spiele gespielt aber ich glaube die blätter wochen um die tür aufzumachen weil es mir fünf blätter und auch fünf augen auf der tür aber das sehen wir dann in der nächsten folge raus also ich würde sagen das hast du diese folge und dann sehen wir uns in der nächsten folge oder ihr hört mich in der nächsten folge bis dann